Star Wars 5. Das Imperium schlägt zurück. Das Imperium hat es geschafft die Rebellen zu zerschlagen und Darth Vader verfolgt Luke und seine Freunde. Diese können jedoch fliehen. Luke sucht nun Meister Yoda, den es ja noch immer gibt, auf, der ihn nun weiter als jede unterrichtet. Inzwischen fliehen Han Solo, Prinzessin Leia und Chewbacca vor dem Imperium und dann auch vor dem Kopfgeldjäger Boba Fett und fliehen letztendlich zur Wolkenstadt, in der Lando Calrissian, ein Freund von Han Solo, regiert. Darth Vader ist schon vor Ort und wartet auf die Gruppe. Die Sith sind nun offensichtlich unter die Hellseer gegangen, denn mir ist nicht ganz klar, warum Darth Vader nun wusste, dass die dort aufkreuzen werden. Er friert Han Solo in Karbonit ein und übergibt ihn an den Kopfgeldjäger Boba Fett, der ihn dann zu Jabba der Hut bringt. Han Solo hatte keine Zeit, seine Schulden zu bezahlen. Also entweder dauerte diese Verfolgungsjagd, Eonen oder Luke hatte die kürzeste Ausbildung aller Zeiten als Jedi. Er ist nun schon oder hat die Jedi Kräfte nun schon erlernt, bricht jedoch seine Ausbildung ab, um seinen Freunden zu helfen. Er bricht zur Wolkenstadt auf, wo natürlich Darth Vader eine Falle errichtet hat. Es kommt zum Kampf, Darth Vader will ihn auf die dunkle Seite ziehen. Luke widerspät, muss jedoch oder verliert jedoch den Kampf und muss sich in einen Trichter stürzen, um fliehen zu können. Er benutzt seine Macht, um Chewie mit dem Millennium Falcon zu holen, der ihn rettet. Die Gefährten entkommen und beschließen Han Solo vor Jabba der Hut zu retten. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Die Handlung von Episode 5 ist dünn bis kaum existent. Der Film lebt viel mehr durch seine Bilder. Und hier wird spätestens klar, dass George Lucas in keinst Art und Weise versucht, ein Gefühl für diese Galaxie, für Zeit und Raum aufzubringen. Die Protagonisten fliegen los und sind auch schon da. Keine Distanz hat wirklich Auswirkungen und auch bei simultanen Handlungen ist es vollkommen egal, wie lang die eine Handlung und kurz die andere dauert. Es geht einfach so weiter, wie es von der Actionkurve am besten passt. Star Wars 6D rückkehrt eher jede Ritter. Die Gefährten versuchen Han Solo von Jabba der Hut zu befreien. Sie schaffen es auch, dass sie ihn enteisen, werden dann jedoch gemeinsam gefangen genommen und können gemeinsam fliehen. Dieses Mal darf Lando Charisian in einen Trichter fallen und wie immer überleben. Luke besucht nun in aller Ruhe Yoda, der seine Zeit nun gelebt hat und langsam stirbt. Er offenbart Luke jedoch, dass Luke eine Zwillingsschwester hat und das ist Leia Organa. Inzwischen erfahren die Helden von einem weiteren Todesstern, sie bekommen Nachricht, dass diese Waffe noch nicht einsetzbar ist, jedoch von einem Mond von Endor aus durch ein Schutzschild geschützt wird. Es gibt einen Hauptreaktor, wenn man das Schild also deaktiviert und auf diesen Hauptreaktor feuert, dann explodiert schon wieder der ganze Todesstern. Ein instabile Mistdinger aber auch. Calrissian soll nun den Flugangriff auf den Todesstern leiten und wird dazu gleich zum General befördert. Admiral wäre vielleicht treffender, aber natürlich was Geringeres tut es ja nicht für einen Luftangriff. Han, Leia und Chewie sollen auf dem Mond Endor die Station des Schutzschildes angreifen und den Schutzschild deaktivieren und Luke stellt sich inzwischen seinem Vater. Er wird zum Imperator gebracht, der ihm erzählt, dass das Ganze eine Falle war. Der Todesstern ist, obwohl noch bebaut wird, voll einsatzbereit und Luke muss zusehen, wie der Luftangriff beginnt und seine Freunde sterben. Er soll durch seinen Hass und durch seine Frustration nun auf die dunkle Seite wechseln. Nimm deine Jedi-Waffe. Benutze sie. Ich habe keine Waffe. Streck mich damit nieder, Skywalker. Ergib dich ganz deinem Hass. Mit jedem Augenblick, den du vergehen lässt, wirst du mehr zu meinem Diener. Auf dem Mond kommt es zum Kampf zwischen Han Solo, seinen Gefährten und den Stormtroopers. Die Stormtroopers sind vorbereitet und sind überlegen. Jedoch greifen dann die etwas primitiven einheimischen Ganggrenzen an. Die Evox waren das. Entschuldigung, diese Episoden kann man auch so leicht verwechseln. Die Evox helfen den Rebellen und dadurch können die Rebellen gewinnen und es schaffen, den Schutzschild zu deaktivieren. Inzwischen kommt es im Todesstern zum Kampf zwischen Luke Skywalker und Darth Vader. Wieder Luke Skywalker's Gedanken verraten, dass er eine Zwillingsschwester namens Leia hat, das Darth Vader noch nicht wusste. Nun beschließt dieser, er kann jetzt Luke töten und es bei der Schwester versuchen, dass die auf die dunkle Seite gezogen wird. Das macht Luke so zornig und frustriert, dass er gegen seinen Vater gewinnt, ihm die Hand abschlägt. Und der Imperator sagt, nimm den Platz deines Vaters an meiner Seite ein. Doch Luke will nicht zur dunklen Seite überlaufen, schaltet sein Laserschwep aus und wirft es weg. Der frustrierte Imperator beginnt nun Luke mit jener Macht zu fehlen, die auch ihn selbst entstellt hat. Darth Vader muss zusehen, wie sein Sohn gefoltert wird, er schafft es nicht lange und wendet sich dann doch für die Familie auf die helle Seite, geht gegen den Imperator vor und wirft ihn in einen Trichter. Dabei wird er durch die Macht ein wenig verletzt, obwohl Luke schon die ganze Zeit damit verletzt wurde. Luke hat ihm die Cyberhand abgeschlagen, kein Grund zu sterben, doch Darth Vader ist angeblich tödlich verwundet. Er gibt eigentlich einfach auf, doch Luke kann auch mit seinem Körper aus dem Todesstern fliehen. Kalrissian dringt derweilen in den Todesstern ein und feuert auf den Hauptreaktor. Hier stoppen wir kurz und lassen die den Film Revue passieren, denn das Imperium hat also den Rebellen Pläne zukommen lassen und Informationen, dass das Schutzschild nicht einsetzbar ist, damit sie eine Falle aufbauen können. Sie haben aber minutiös die Schwachstelle des Todessterns überliefert. Da hätten sie nicht lügen können. Luke kann nach alter Tradition fliehen, doch sein Vater stirbt dabei. Das Imperium ist zerschlagen und die Rebellen waren siegreich. Es kommt zur obligatorischen Trauerszene, die dann wieder direkt in eine Siegesfeier übergeht. Am Ende sieht man noch die Geister von Yoda, von Obi-Wan, Knobe und auch von Anakin Skywalker, der nun wieder gut ist, die Republik wird wieder auferstehen. Inhaltlich ist es lächerlich, wie schnell die Rebellen ihre Helden befördern. Von Null werden die General oder Admiral ein Unteroffiziersrang oder zumindest ein niedriger Offiziersrang. Tut es für einen Angriff allemal. Es sind nicht immer Generäle, die in die Schlacht führen. Damit will man wohl extrem cool sein. Und auch, dass das Imperium seine Führungskräfte ständig tötet oder töten lässt, sogar kaum Doku. Und am Ende darf Vader. Es macht keinen Sinn, warum ein Sith Lord nicht 4, 5 Schüler unter sich haben soll und somit effektiver arbeiten könnte. Für die Länge von Rogue One und die Teile 4 bis 6 passiert insgesamt von der Handlung doch relativ wenig. Das sind insgesamt 6, 7, 8, über 8 Stunden. Allerdings nimmt sich George Lucas dort wirklich sehr viel Zeit für die Bilder, für die Gefechte, für die ganze Inszenierung, die echt super ist. Und auch die digitalen Verbesserungen, die er jetzt doch einige Male gemacht hat, schaffen es tatsächlich, dass auch die alten Teile zu großen Teilen wirklich neu und frisch ausschauen. Man kann das Ganze durchsehen und es wirkt alles lebendig, wo früher vielleicht noch einfach eine Wüste im Hintergrund war. Bei den Übergängen ist es so, dass George Lucas sehr gern Blend nimmt, von links oben nach rechts unten quer durch auflösend und weiß Gott was. Das fand ich, nachdem ich jetzt alle Teile von vorne gesehen habe, am Anfang doch noch ganz nett. Kann man mal machen. Es gibt jedoch einen Grund, warum man das nicht ständig macht oder heutzutage gar nicht mehr mit der Zeit nervt. Es wirkt so, als würde George Lucas versuchen alle Dinge einzubauen, die sein Schneidprogramm irgendwo hergeben. Am unverzeihlichsten für mich in diesen Teilen ist es tatsächlich, wo Anakin von Padme träumt, dass Padme stirbt und das ganze Bild löst sich dann in sinnlosen Quadraten auf. Furchtbar. Also bist du blind vor Liebe? Nun, so habe ich das eigentlich nicht gemeint. Aber wahrscheinlich ist das so. Die Idee Star Wars ist genial und nur George Lucas hat es geschafft, Schwerter und Schusswaffen in Einklang zu bringen. Bei der ganzen Technik, den Welten, den Wesen, in allen Teilen, wo George Lucas dabei war und auch in den neuen, merkt man wirklich die absolute Kreativität. Bei der Handlung bedient man sich schon gern alter Bedienten oder altgedienten. Es ist immer wieder einmal so, dass R2-D2, wenn eine Station infiltriert wird, irgendwo rumprogrammiert. Es ist immer mal so, dass ein großes Tier nach jemandem schnappt. Es ist immer mal so, dass man sich gerne, wenn es brenzlig wird, in einem Asteroidenfeld versteckt. Teilweise sind die Szenen wirklich sehr ähnlich und die Handlungen einfach eins zu eins übernommen. Und dann wäre da noch der Sprungangriff. Jeder, der Kampfkunst weiß, weiß auch, dass es verdammt gefährlich ist, auf jemanden zuzuspringen, da man die Richtung nicht ändern kann. Bei all den sehr riskanten Sprungangriffen von den Jedis und Sifs auf ihre Gegner, wo die Gegner sehr selten wirklich gut reagiert haben, sind zwei wohl am meisten in Erinnerung geblieben, die sich doch etwas ähneln. Ihr unterschätzt meine Macht. Versuch es nicht! Bis zum nächsten Mal! Als nächstes Mal ge changiert dies dort immer wieder vor, bis zum nächsten Mal gib Corner! атьсяgott!